Ein bisschen verkackt, würde ich sagen. Da haben sie leider ein bisschen reingekackt. Unreife Beere. Die könnten wir ja hier auch mal essen. Das ist ein bisschen reingekommen. Das ist ein bisschen reingekommen. Wieso? Wieso hat das schon fertig geklappt? Und schon, Hallöntgen, das für die Community-Punkte. Vielen lieben Dank, wie geht's dir? Und ich komm wieder nicht weg. Die blocht mich immer weg, Alter. Machen die Steine eigentlich irgendwas? Ich hab das Gefühl, die heilt mich gar nicht. Die haben mich gar nicht geheilt jetzt gerade, oder? Aber wir haben sie geschafft, Leute. Auch wenn sie da noch zur Hälfte irgendwo liegt. Sünder verurteilt.